Ich glaub ich gar nicht die Lauf von mir gehen Ging sehr schnell Hm? Ging eh sehr schnell Hat hier irgendjemand den? Hm? Äh, keine Ahnung, diese laufende Viktoria ist glaub ich nicht schlecht Okay Okay The battle is about to beginn Ah Tyra geht doch auf Damage Boost, okay Ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn sie nade gegangen wäre, aber ich weiß nicht Damage Boost full is nice Mit Barrick Barrick's der zweite Damage Boost Aber mit Sniper's halt Damage Boost, okay Aber jetzt schass das denn, jetzt liegt wieder alles an mir Das fegelt mir nicht I've been waiting for so long Den Juden alten Bug haben wir Wie ein Gegner Team Oh, get that stuff My hands are healed But everywhere The gun get out Can't get me Fuck, jetzt stehe ich nicht getrunken als er ist besser. Ja, wir werden ja auf 24-7 geflankt, Digga, was geht hier eigentlich ab? Nara könnte auch nicht mit dem Dumba-Heal, Nara könnte auch nicht mit dem Dumba-Heal der drinnen stehen Ich schieß meine Flurry-Gun hier ab oder ich schieß sie von alleine ab immer, ist fucked up 7 days to die, hast du gefeiert oder wie? Problem ist, ich muss einig die Willow poke damagen, aber wenn wir von zwei Leuten geflankt werden, dann hat leider die Sache erstmal Priorität Wenn die Wett sind, guck mal, wir können nicht die Läden Oh, und wir den Brackern zerklaren, wir haben so einen 7-Down-Seinschwert schon Ey wie, wie oft kann der denn sein Bett? Ach, come on Das war gerade ein bisschen behindert Das war halt das Schild, das sie ihn so lange im Leben gehalten hat Welke 1 reicht schon mal Bist du hier runter, jung? Ne, ich dachte schon nichts pusht Was? Als ob die Flurry nicht getroffen hat? Okay, RIP Retreat, Retreat, Retreat Group up Hier ist die Wind-Up Was? Die haben voll versagt, die Tanks von denen, weil die gehen unbedingt Alter Was? Als ob wir es schon so weit gepusht haben Danke Ich weiß gar nicht, was sie den ganzen Tag fokussend, wenn ich ehrlich bin Oh, das war dumm Pass auf, hinter dir ist Willow oben Ich brauch gar nicht mal Flinkert oder so einen Scheiß Oh, schade Haust du rein, äh, Vandom Die Willow macht gar nicht so viel Druck, ne, nervt einfach nur da oben und die ganzen Tanks gehen pushen, deswegen haben sie den Punkt nicht bekommen. Der will mich pullen von da hinten. Diese scheiß Willow, die den ganzen Tag da oben am rumcampen ist. Auf dem Basto. Schuld nachladen, sei dumm. Zumal Trash. Geht mir den ganzen Tag auf den Sack, der Typ. Die Schlange auf den Sack, der Typ. Das war's für heute. Das ist ja nice. Ah, hier ist es immer schwer für mich, wo ich hingehen soll. Ja gut. Was willst du da machen? Ich hab irgendwie so sehr stark gefühlt, dass wir nicht pushen können. Egal wie krass wir den Point einnehmen werden. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich bin leider ein dead. Ah, du hast mir irgendwie hegel. Okay. Ich hab gleich verdetzt und dann sah irgendwie komisch aus. Alles gut. Ich bin so langsam. Ja. 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 Oh Gott, ich bin so schlecht. Ach man! Das war nicht gut. Ja, gut. Das kann ja wohl nicht kriegen. Was ich glaube mehr als Wrecker 2 brauche ich gar nicht für einen Kahn. Wenn die jetzt mal Beric oder so hätten, hätte ich schon mal Wrecker 3 geholt. Ich denke schon mal, dass ich mit Flinkheit und schneller wegkomme. Ich bin vielleicht noch nicht drin, deswegen wäre das so ein scheiß Nerf noch. Ja. Das Laune ist echt schlimm. Die unterschätzen das immer, aber es nervt richtig. Der Bug kauft flinke Hände und so eine Scheiße. Wobei flinke Hände nicht schlecht ist, aber Ausbrenner sollte man schon hochstecken. Und er leuchtet schon, also denkt nach. Er macht sich Gedanken, was er kauft. Schon wieder hat er versucht mich zu grabben von da oben. Oh, jetzt werde ich sterben. Wow. Oh, bist du runter gegangen? Ja, weil ich gleich Hilfe verloren kann. Hochheben. Na, wenn ich mal bei dir bin, dann brauchst du nicht runter gehen, dann bist du sicher. Ah, scheiß Gedäsche. Ah, scheiß Gedäsche. Das ist der Einzige, weil ich nicht sterbe, ist die Wurloh. Bagesch. Hm. Irgend so ja auch drauf. Weiß ich gar nicht Dark Fenix. Ich habe absolut keine Ahnung, welches hab ich da habe. Och nee. Ich verstehe echt nicht, was das Team macht überhaupt. Z-Trip. 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 Z-I-Trip. Ich habe mich nicht so gut, ich habe mich nicht so gut, ich habe mich nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt, wie die überhaupt so viel schaffen können. Bitte, ein Schuss, Mann! Ich treffe beide, die hat schon fucking Refuge. Ja, wenn ihn keiner abschießt, Alter. Das ist ein fucking Schuss, Mann. Und das kriegt keiner geschissen. Meine Fresse, ey. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich es kommt. Danke. Ich muss leider runter, das war too much. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr weiß. Ich muss Dobi, nächstes Mal, wenn ich Game-Up aufnehme, freue ich das ab, wenn man... ...Aufnahmerekt er kann. Okay, komisch, was hast du denn für ein Aufnahmeprogramm? Ich muss das grauschen oder mach's rein? Wenn ich schnell weiter da bin. Hm, ja, kannst du machen. Wenn du möchtest. Aber eigentlich auf der Map ist so, ne, aber... ...wenn du mal irgendwie stirbst, dann why not, ne? Ich bin schnell da. Genau. Ich hole mir immer Verjüngung. Ich könnte mir irgendwas auf 3 holen noch, Wacker oder... ...ich blinkert, aber mehr brauche ich gar nicht. Nur zu OBS. Ah, okay. Damit kenne ich mich leider nicht aus, ich streame damit nur. Sehr schön, siehst du, wenn wir hier oben sind, wenn wir das beide machen, ist kein Problem. Keine Ahnung. Genau jetzt der Kahn. Sehr schöner Dingens-Teiler, äh, Marker. Sehr nices Game. Das versucht der Kahn immer, der versucht mich zu flanken. Was ja auch sein Job ist. Einfach Mixtape. Flasch rum einfach. Flasch. 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 Wies. Flasch. Angst, ist ein Ding. Daniel. Woo Bü. Fynn´s bocht. Lasch. Mal leadership.